Sie sehen hier den Waffelbackautomat BACB Superjumbo von Hebenstreit. Das ist ein industrieller Waffelbackautomat zur Produktion von Waffeln im Format von 1000 x 350 mm. Interessant ist dieser für Waffelhersteller weltweit. Das Besondere daran ist, erstens doppelte Produktionsleistung bei halbierten Kosten, zweitens geringer Energiebedarf durch den Einsatz eines hocheffizienten Brennersystems und drittens minimaler CO-Ausstoß durch das Design der speziellen Brennerdüsen. Eine höhere Produktionsleistung fordert mehr Produktionsfläche und Personal. Das Superjumbo-Konzept erreicht die doppelte Leistung bei vergleichbarem Aufwand.